Hi, mein Name ist Denise und ich unterrichte After Work Relaxing. Habt ihr eine anstrengende Woche gehabt? Dann ist dieser Kurs genau richtig. In diesem Kurs versuchen wir unseren Körper zu entspannen und zu lockern. Verspannte Regionen im Körper werden wir anhand von eigener Massage bearbeiten. Mit Atem werden wir zur Ruhe finden und lassen die anstrengende Woche hinter uns und starten ganz entspannt ins Wochenende. Also wird der Kurs auf der Kurs auf gesucht und starten mit dem Körper zu entspannt. Dann wird der Kurs auf eines Kurs auf gesucht. Sollte Regionen im Körper!